Hey ihr Lieben, hey, 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 hey ihr Lieben, ich hoffe ihr hattet einen wunderschönen Tag. So, ich glaub das ist das längste, was ich jemals hatte und ich seh mich, ich seh mich damit. Die sind nur aufgeklebt, ihr braucht nicht alle Schreiben, dass ihr damit niemals umgehen könntet, ich kann das auch nicht. Die sind einfach nur press on nails und ich werde die gleich wieder abnehmen, aber die sind so schön. Das ist schwarzer French mit silbernen Kreuzen und die hab ich tatsächlich geschenkt bekommen. Also ich hab mir zwei weitere bestellt, zwei weitere Sets und die hab ich einfach umsonst dazu bekommen. Das waren auch die längsten, die es auf der Seite gab. Ja, jetzt hab ich die auch mal. So, die sind von Dash Nails, genau von Dash Nails. Also an dieser Stelle keine Werbung oder so, einfach nur damit ihr Bescheid wisst. So, wir fangen jetzt mit dem ersten Witzig-Pro. Sebastian Witzig Psycho-Trailer Mimik. Fürchte dich nicht außer vor dir selbst. Fürchte dich nicht außer vor dir selbst. Und ich finde dieses Buch ist richtig gelungen, ist dem richtig gelungen von der, vom Design. Aber ich bin noch nicht am Ende angekommen, deswegen kann ich nicht sagen, dass ich euch das empfehle. Ich möchte das jetzt nach brothers und Jagubert auch nochmal transportieren. Ja, damit ich schön worüber nach Mikey und live medication. In以前, ich habe das Gefühl. Also, wir haben mich hier ein cages, heute mit brauche. Und das Form aus Wirkenonzept ist achievements zum Beispiel einfach nicht immerhin. Dann wäre da etwas hoch in die 완전heit. Und wir sagen, also immer noch dass wir esMm colemit новых sind. So ist dasinaire. Das war's für heute. Ich zeig euch jetzt mal den Witzegg. Mein Lieszeichen ist rausgefallen. Mein Lieszeichen ist rausgefallen. Dann haben wir von Kolinova. Love and confess. Love and confess. Love and confess. Und Romain spiege bestseller. Hat um die 370 Zeit. 5 Jahre nach dem Verlust ihrer großen Liebe zieht Auburn nach Dallas und trifft dort auf Owen. Oder Owen. Keine Ahnung. In den sie sich knall auf Fall verliebt. Und ihm geht es genauso. Doch Owen ist der Letzte auf den Auburn. Wenn sie sich einlassen sollte, wenn sie nicht alles, was ihr wichtig ist, verspielen will. Oh ja, das coole bei dem Buch ist, dass hier auch richtige Zeichnungen dabei sind, die extra für dieses Buch gezeichnet wurden. Okay. 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 Äh. Okay. Configure alles. Ou meine copy ist. Original aus participate eher dinner. Oder am peinem는데요. Ob resources czy Tableau лишiert. Okay. than aus wech zu lassen. Das war's für heute. Ich muss euch unbedingt noch, nochmal dieses Katzenbuch zeigen. Das ist sehr besonders. Wir haben hier ganz viele verschiedene Katzen. Und ihre Steckbriefe. Das war's für heute. Ich bin dezent überfordert mit diesen Nägeln. Ich bin dezent überfordert mit diesem Katzenbuch. Ich bin dezent überfordert mit diesem Katzenbuch. Ich bin dezent überfordert mit diesem Katzenbuch. Ich bin dezent überfordert mit dem Katzenbuch. Ich bin dezent überfordert mit dem Katzenbuch. Paris... 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 Das war's für heute. so Vielen Dank. Okay. Ich hab jetzt einfach so ein paar mehr Bücher genommen. Ich hab jetzt noch mehr Bücher genommen. Okay. Okay. Das Buch könnte ich auf jeden Fall mal wieder lesen. Das fand ich richtig gut. Weil man liest voll viel und dann vergisst man das. Das hat mir gar nicht mal so gut gefallen, obwohl es ein Spiegel im Zeller ist. Ich fand die Geschichte irgendwie deprimierend. Die Sommerschwestern von Monika Peetz. 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 Finde ich auf die kleine Butter. Leichte Kost. 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 Leichte Kost.